In dieser Lektion schauen wir uns an, welche Dateitypen es gibt. Es gibt unter Linux eine Vielzahl von unterschiedlichen Dateitypen, die auch die unterschiedlichsten Aufgaben haben. Auf manche kann man direkt zugreifen, andere sind nur als Zwischenspeicher gedacht. Schauen wir uns an, welche Dateitypen hier gemeint sind. Unter anderem die reguläre Datei, mit der wir im Normalfall arbeiten. Das sind Konfigurationsdateien, Textdateien, HTML-Dateien, einfach Dateien, die eben Bestand im Filesystem haben. Das heißt, auf der formatierten Festplatte einfach einen fixen Punkt belegen und mit dem wir auch arbeiten können, ganz normal, wie wir es kennen. Dann gibt es natürlich noch den Dateityp der Ordner, der Directories. Das heißt, hier ein Datentyp, der natürlich auch auf der Festplatte einen gewissen Speicher belegt, der dann die Informationen der regulären Dateien und anderen Ordner beinhaltet. Aber auf der Festplatte-Ebene ist es eben so, dass es eben auch ein Sektor belegt und so wie eine eigene Datei angesehen wird. Deshalb wird es auch als ein Dateityp angesehen. Des Weiteren haben wir noch Blockgerätedatei und Charaktergerätedatei. Was sind das? Diese Dateien erlauben es eben Benutzern und Programmen mit der Hardware zu kommunizieren. Mit denen haben wir selbst in der Regel nichts direkt zu tun. Das könnten in etwa sein, Treiber wie VirtualBox, aber auch eben wie Files für Festplatten, RAMs, Schrammspeicher und ansonsten Management von der Hardware und Kommunikation mit der Software. Wir haben bei den Geräten damit etwas zu tun. Wenn wir Festplatten mounten, dann nehmen wir den Mountpunkt einer Festplatte, einer SDA-File zum Beispiel und mounten den in ein reguläres Filesystem hinein und dann formatieren wir diesen. Wir schauen uns das dann auch noch kurz in der Praxis alles an. Wir haben dann auch noch die sogenannten Named Pipes. Wir haben auch schon gehört in der Lektion mit den Umleitungen und Pipes, was Pipes sind und es gibt dann auch optional dazu, zu den anonymen Pipes, die sogenannten Named Pipes. Named Pipes sind Sockets sehr ähnlich und erlauben eben die Kommunikation zwischen zwei unterschiedlichen Prozessen. Und man kann sie eben selbst auch erstellen mit einem kleinen Programm, das MK-FIFO heißt. Und im Gegensatz zu anonymen Pipes können wir mit Named Pipes auch die Kommunikation zwischen Prozessen eingesetzt werden, die nicht miteinander verwandt sind. Bei anonymen Pipes können wir die Pipes nutzen zwischen ähnlichen Prozessen, die miteinander verwandt sind. Und sie können einfach nur in eine Richtung verwendet werden, wohingegen Named Pipes in zwei Richtungen verwendet werden können und somit einen Full-Duplex-Austausch darbieten. Wir können Named Pipes zum Beispiel verwenden für sogenannte Client-Server-Anwendungen und es lassen sich damit eben auch RPCs realisieren. Benannte Pipes ermöglichen eben die gleichzeitige Kommunikation in beiden Richtungen und das heißt eben, wir haben hier einen Full-Duplex-Betrieb. Bei den anonymen Pipes, die keine physische Datei dann vorweisen können, können wir eben nur in eine Richtung diese verwenden. Ein Prozess schreibt, der andere liest. Und wir können eben nur die Kommunikation zwischen eng verwandten Prozessen nutzen. Des Weiteren ist bei anonymen Prozessen die Datenmenge, die wir in einen dieser Pipes packen können, relativ beschränkt, wohingegen bei den benannten Pipes hier im Prinzip das Limit der Festplatte erreicht werden müsste. Wir schauen uns das dann auch noch in kurzem an, wie so etwas dann aussieht, nicht dass man da hier nur rein theoretisch vonstatten geht. Dann gibt es noch die lokale Socket-Datei, sogenannte Socks-Dateien. Die Socks-Dateien erlauben eben Kommunikation zwischen Prozessen, wie zum Beispiel PHP-Anwendung. Wenn der Apache darauf zugreift und wissen will, was macht der PHP gerade, gibt es hier eine Socks-Datei und die wartet eben, beziehungsweise füllt diese mit Informationen und der Apache, der Web-Server, verarbeitet das dann weiter und so kommunizieren dann die zwei Prozesse miteinander. Genauso wie Syslog zum Beispiel, das Logging-Archiv von Linux, mit dem wir hier, Syslog schreibt die ganzen Informationen von Log-Dateien in spezielle Log-Files und die können dann von anderen wieder ausgelesen werden, beziehungsweise die Kommunikation zwischen verschiedenen Prozessen können damit hantiert werden. Zum Beispiel, es gibt ein Logging für irgendeine Firewall und die Firewall greift darauf zu und die Firewall kann dann agieren drauf und unterbindet dann zum Beispiel den Zugriff von bestimmten IP-Adressen anhand der Log-Datei. Wie das Ganze aussieht, wie wir die Unterschiede erkennen können, das schauen wir uns das Ganze noch an. Und des Weiteren gibt es noch den symbolischen Link und hier gibt es eben zwei Unterschiede zwischen den Links und zwar gibt es eben symbolische Links zwischen Hard-Links und Soft-Links. In der Regel wird man mit Soft-Links konfrontiert. Soft-Links sind das, was wir aus der Windows- oder aus der GUI-Welt kennen mit Verknüpfungen. Das heißt, wir haben eine Datei, die befindet sich im Ordner XYZ, aber wir wollen diese Datei vom Desktop aufrufen. Das heißt, man macht sich eine Verknüpfung von dieser Datei und einen sogenannten Verweis, der auf dem Desktop liegt. Die Desktop-Anwendung, wenn wir hier dann ein Programm starten wollen, vom Programmeordner zum Beispiel, haben wir die Verknüpfung auf dem Desktop, aber in Wirklichkeit liegt diese Datei ja nicht auf dem Desktop, sondern es ist nur der Verweis auf die Excel-Datei, auf die ausführbare Datei in dem Programmeordner. Bei den Hard-Links hingegen haben wir keinen Verweis, sondern es ist im Prinzip eine Duplizierung auf demselben Bereich der Festplatte. Bedeutet eben, wenn wir einen Hard-Link machen, nutzen wir eins zu eins denselben Bereich der Festplatte, aber unter einem anderen Ordner und unter einem anderen Namen. Das macht es dann auch schwer herauszufinden, wie viele Hard-Links es gibt und von wo diese Hard-Links überhaupt herkommen. Wir schauen uns das dann auch jetzt gleich im Beispiel an. So, das waren jetzt mal die zwei, vier, sechs, sieben unterschiedlichen Dateitypen, damit wir wissen, womit wir es zu tun haben. Wechseln wir jetzt ins Terminal, indem wir hier meinen Terminal, ich habe mich schon angemeldet und ich mache es einmal hier auf SU, das heißt, ich melde mich hier als Administrator an, da wir auf manche Dateien eben eine höhere Zugriffsberechtigung brauchen, wenn wir darauf zugreifen wollen. Eine reguläre Datei sieht eben so aus, wenn wir hier LS machen, haben wir hier ganz normal die Daten wie Config-Datei und so weiter. Ich habe hier auch schon eine Pipe-Datei zum Beispiel angelegt, die werde ich jetzt da einmal löschen und diese nachher nochmal anlegen mit RM. Meine Pipe kann ich diese einmal hier löschen. Gut, wenn wir jetzt zum Beispiel eine neue Datei erstellen, können wir das mit Touch, da erstellen wir eine leere Datei, das ist die leere Datei.txt und wenn wir jetzt mit ls-la uns die ganzen Attributsinformationen dazu aufrufen, sehen wir auch hier, hier haben wir die leere Datei und wir sehen hier einfach die Berechtigungen dieser Datei. Des Weiteren sehen wir eben, wie groß diese Datei ist, wann sie angelegt worden ist, das heißt hier haben wir 0 Byte, diese Datei ist wirklich komplett leer und hat auch gar keinen Inhalt. Bei Ordnern hingegen, wir sehen hier die Ordner farblich mit Unterschieden gekennzeichnet, aber das liegt natürlich auch am Terminal. Wenn Sie Putty verwenden oder ein anderes SSH-Programm, kann es natürlich sein, dass es bei Ihnen farblich gar nicht existiert oder dass die Farbe anders aussieht. Doch wie erkennen wir eben solche Ordner? Die Ordner erkennen wir eben auch an dem D hier vorne dran für Directory und dann wissen wir auch, dass es hier einen Ordner ist. Wenn ich jetzt hier mache mkdir, neuer Ordner und ich mache nochmal ein ls-la, sehen wir hier, der neue Ordner hat ein D vorne hinten dran, mit einem Directory-Attribut. Gehen wir weiter zu den Charakterblöcken. Das sind Dateien wie Treiber oder Festplatten, die darauf zugreifen und die befinden sich meistens im Dev-Ordner oder in verschiedenen anderen Ordnern, mit denen wir nicht direkt arbeiten und dazu schauen wir uns mal an, indem wir ls-a-dev und sagen wir s- machen, was kommt hier raus? und hier sehen wir schon, Dev-SDA hat ein B vorne dran, das ist ein Block-Device, ein Block-Gerät-Datei. Das heißt, hier sehen wir auch, das ist die Festplatte selbst, SDA ist hier die Festplatte selbst und SDA1, SDA2 sind hier die Partitionen von der Festplatte. Das heißt, wir haben einmal die Festplatte und dann für jede Partition, die wir auf dieser Festplatte gemacht haben, das heißt, wir können eine Festplatte unterteilen in verschiedenen Bereichen, wird eben eine weitere Ziffer hinten dran gefügt, SDA steht eben für die Festplatte selbst und die Zahl dann eben für die Partition 1, 2, 3, 4, 5 und das müsste man dann über F-Disk auch herausfinden, welche Partition wie groß ist, beziehungsweise nachdem man sie gemountet und eingebunden hat, sieht man das dann auch ganz. Charakterdateien haben wir hier mit einem C vorne dran und hier sehen wir dann auch schon, dass es sich hier auch um Device-Dateien handelt, unter anderem auch wie das CD-ROM-Datei, kann eine Charakterdatei sein oder die Treiber, mit denen hier kommuniziert wird zwischen CD-ROM, zwischen Festplatte und so weiter. In der Regel sind das auch jetzt, wenn wir das in VirtualBox nutzen oder in einer VM-Ware, auf einem KVM-System, wenn wir dann schauen, zum Beispiel mit, ich probiere mal, mit V-Stern, dann sehen wir hier auch die VCS, die V-Host-Dateien, V-Socks-Dateien und es gibt auch eigene Dateien für die VirtualBox, die man dann installieren kann, eigene Treiber-Dateien. Unter anderem sehen wir die dann hier auch eben unter V-Host und hier sehen wir die ganzen Charakterdateien im Prinzip. Wir müssen damit jetzt nicht wirklich hantieren, aber eben Linux braucht das eben, um einen regulären Betrieb aufrechtzuerhalten. Auch eben die Treiber sind im Prinzip nur Dateien, die Anweisungen enthalten, wie sie mit der Hardware kommunizieren sollen. Gehen wir weiter zu den Sockets zum Beispiel. Hier lassen wir das A und hier haben wir zum Beispiel in VAR, RAN, bei CUPS den CUPS.soc und hier haben wir einen Socket von CUPS, der mit dem Begriff S beginnt als Socket-Datei. Das heißt, die Socket-Datei erlaubt eben die Kommunikation zwischen verschiedenen Prozessen, unter anderem für die PHP-Prozesse, Apache-Prozesse oder auch für Syslog oder der grafischen Interface von Linux. Interessant wird es jetzt bei den Named Pipes und dann auch noch bei den symbolischen Links. Hier gibt es ein bisschen mehr zu tun. Und zwar können wir, wenn wir uns jetzt anschauen, zum Beispiel ein Befehl mit ls-la auf etc, haben wir ganz normal das etc-Verzeichnis uns aufgerufen und wir sehen den Inhalt vom etc-Verzeichnis. Wenn wir das jetzt noch mit einem Pipe-Operator zum Beispiel sortieren, sortiert er das nach der ersten Spalte und jetzt sehen wir hier, die Berechtigungen sind hier alle mit Minus angegeben und wenn wir weiter raufscrollen, haben wir hier dann überall die Ls für die symbolischen Links und dann die Direktoris und wir haben das jetzt sortiert, im Prinzip nach der ersten Spalte hier. Wenn wir uns aber jetzt eine benannte Pipe machen, das heißt hier haben wir eine Pipe, eine anonyme Pipe, die ist sofort nach dem Beenden wieder weg, können wir uns jetzt auch eine benannte Pipe machen, indem wir MKV vormachen und sagen meine Pipe, dann wird das Ganze anstatt in meine Ausgabe geschrieben in die Pipe hineingeschrieben, also in diese Datei, in die Pipe-Datei. Wenn wir uns die anschauen, an meine Pipe-Datei, haben wir hier vorne dran ein P. Das heißt, hier können jetzt auch Programme oder Prozesse über diese Datei kommunizieren und wir können selbst Informationen in diese Datei hineinschreiben lassen und diese dann von einem anderen Prozess wieder abrufen. Und das können wir jetzt machen, indem wir zum Beispiel sagen, wir haben hier eine Datei in den Log-Dateien, die füllt sich nämlich stetig, VarLog Messages. Das heißt, wir printen mal alle Informationen von der VarLog Messages heraus, schauen uns den Inhalt an und hier sehen wir, ich habe mich gerade authentifiziert als SU-Benutzer und hier werden alle Informationen gespeichert, die im System ebenso wichtig sind. Unter anderem auch in Netzwerk-Protokoll-Dateien und diverse andere Änderungen im Datei, im File-System. Also direkt in Linux. Unter anderem sieht man auch hier die Subscription-Repositor und so weiter. Darauf gehen wir auch später noch ein mit dem Thema Logging. Bei Cut-VarLog Messages können wir aber den Output, der sich stetig ändern kann, umleiten. Das heißt, wir leiten den um und leiten den in eine Pipe hinein. Mit einem Unzeichen hintendran können wir den Prozess starten und den in den Hintergrund legen. Das heißt, der Prozess läuft weiter, unabhängig davon, ob ich jetzt in der Konsole noch verbunden bin oder nicht und dann läuft so lange weiter, bis ein anderer Zugriff, ein Lesezugriff zum Beispiel, auf die Pipe erfolgt. Das heißt, hier schreiben jetzt Programme etwas in die Pipe hinein, warten auf die Abholung und solange eben sich das Logging erweitert, wird auch die Pipe erweitert damit. Wenn ich jetzt nur einen Cut auf eine Datei mache, würde ich den aktuellen Ist-Zustand eben speichern in dieser Datei, aber so speichert er auch die ganzen fortlaufenden Informationen in die Pipe hinein, bis sie eben abgerufen wird. Das heißt, wir starten diese hier und jetzt können wir mit einem anderen Prozess, zum Beispiel aus einem zweiten Terminal oder von einem anderen Programm her, ich verbinde mich jetzt mal mit einem zweiten Terminal nochmal auf das System und jetzt werden wir hier zum Beispiel sagen, Cut meine Pipe, wir lassen uns ausbrinden, was in der Pipe drinnen steht, sehen wir die Informationen von Valog Messages und dann hört auch auf, die meine Pipe hier aktiv zu sein. Wenn ich jetzt nochmal einen Cut darauf mache, kommt nichts mehr, da die Pipe jetzt aktuell leer ist und der Prozess somit beendet ist. Kommen wir jetzt zu den symbolischen Links zwischen Hardlinks und Softlinks werden hier unterschieden. Was sind Softlinks, was sind Hardlinks, haben wir ja schon gehört und wir sehen diese jetzt aus. Wenn wir uns hier die Dateien anschauen, gibt es hier keine Links herinnen. Wir können uns aber einen Link anlegen, indem wir uns einfach mit dem LN-Befehl hier anfreuen. Das heißt, wir machen einfach ein LN-S, einen symbolischen Link und zwar von dem, wie nennen wir den Ordner? Download, gibt es da keinen Ordner? Ja, Schreibtischordner. Von dem Schreibtischordner sagen wir hier, das ist unsere Arbeitsfläche. Und jetzt, wenn wir nochmal hineinschauen, LS-LA, haben wir hier die Arbeitsfläche verlinkt auf den Schreibtisch. Das heißt, hierbei handelt es sich rein um einen Link, einen symbolischen Link, der auch den Schreibtisch weiter zeigt. Wir können das natürlich auch mit Dateien machen, wie wir es bei den Programmen zum Beispiel machen. Hier werden Exe-Dateien verlinkt auf den Desktop zum Beispiel. Und da können wir jetzt sagen, Link von dem Pin und das Programm, welches Programm nehmen wir, schauen wir uns einfach an, mit M-Tab-Tab, sagen wir M-Do und das auf den Schreibtisch, nach M-Do oder M. M-Do-Link so. Wenn wir jetzt hineinschauen in den Schreibtisch, haben wir hier den M-Do-Link, der auf M-Do zeigt. Und jetzt können wir den Link löschen, aber wir löschen natürlich nicht die Pin-Datei, sondern rein die Verknüpfung zu der M-Do-Datei. Es gibt auch die Möglichkeit, eben Konfigurationsdateien sich auf den Desktop zu ziehen, die man häufig braucht, um dann eben diese zu bearbeiten, anstelle, dass man hier immer in den ETC-Ordner gehen müsste. Je nachdem, ob Sie jetzt dann mit einer grafischen Oberfläche arbeiten, in der Regel als Systemadministrator für Linux und Red Hat arbeiten Sie im Terminal jedoch. Schauen wir uns das Ganze auch an, wenn wir das machen mit einer Konfigurationsdatei. Wenn wir ln-s sagen, etc.nfs.conf. Und wir machen das Ganze für die Netzwerk.conf in unserem lokalen Verzeichnis, haben wir eben hier auch die Netzwerk.conf ist eigentlich die nfs.conf. Wenn wir uns den Inhalt der Netzwerk.conf ansehen, die ersten 10 Zeilen ausgeben lassen, sehen wir hier, haben wir Kommentare und wenn wir uns den Inhalt der nfs-Datei ausgeben lassen, den ETC-Ordner, haben wir ebenfalls den selben Inhalt, weil es ein und dieselbe Datei ist. Und hier haben wir lediglich den Verweis auf die nfs.conf. Interessante wird es jetzt bei den Hardlinks im Vergleich zur Softlinks, denn hier haben wir eben keinen Verweis, sondern wir benutzen tatsächlich das identische File, nur an einem anderen Ort noch einmal. Und wenn wir uns jetzt die Datei etc.nfs.conf ansehen, sehen wir hier, dass es sich um eine reguläre Datei handelt. Wir sehen hier eine 1, root, root, die Größe, 8. Dezember. Wenn wir jetzt davon einen Hardlink anlegen, ln-etc-nfs.conf und sagen hier, das ist meine Netzwerk Hardlink.conf und wir schauen uns jetzt an ln-la Netzwerk Hardlink.conf sehen wir im Unterschied zu der normalen Netzwerk.conf Datei, hier handelt es sich eben um einen Softlink, der verlinkt auf die nfs.conf. Bei einer Hardlink sehen wir diese genauso als reguläre Datei wie die nfs.conf selbst auch. Aber wir sehen jetzt hier einen Zweier. Wenn wir uns jetzt nochmal anschauen, ls-la etc-nfs.conf sehen wir jetzt hier oben war noch ein 1er, wir haben einen Hardlink erstellt und jetzt sehen wir hier einen Zweier. Das heißt, diese Datei gibt es eben auf zwei verschiedenen Plätzen, auf zwei verschiedenen Hardlinks sozusagen und die nutzen einen und derselben Bereich der Festplatte. Wie können wir das überprüfen? Indem wir ls-la i machen, um die Einode und den Eintrag der Festplatte anzeigen zu lassen, wo genau sich die Datei befindet auf der Festplatte. Sieht das dann so aus. Wir haben hier die Einode-Wert, das heißt, der Wert, der auf der Festplatte belegt wird, der Bereich für diese Datei. Wenn wir uns das Ganze jetzt anschauen, aber auf der Netzwerk Hardlink.conf haben wir hier einen identischen Eintrag. Das heißt, hier behandelt es sich im Prinzip um die ein und dieselbe Datei. Und wenn ich jetzt die ETC NFS.conf lösche, wird diese Datei noch existieren, aber nur mehr unter der Netzwerk Hardlink.conf, weil sie ein und dieselbe Datei sind. Wenn ich beide Links lösche, also beide Hardlinks lösche sozusagen, dann ist die Datei weg. Wenn wir uns jetzt anschauen, zum Beispiel die Netzwerk.conf Datei und jetzt nochmal die NFS.conf, sehen wir bei der symbolischen Link, wird ein anderer Bereich der Festplatte der Einode benutzt, im Vergleich zu den Hardlinks. Das heißt, bei den Hardlinks haben wir hier mit 779 am Schluss das Softlink wird eine neue Datei erstellt, einen Link verweist, der nur darauf zeigt, auf die andere NFS.conf. Das heißt, hier handelt es sich nicht identisch um dieselbe Datei, sondern wirklich nur um den Verweis. Wir können uns auch noch ein weiteres Beispiel anschauen, mit einem Hex-Dump zum Beispiel können wir uns von Dateien einen Dump auflisten lassen, dem wir uns die ersten Werte von zum Beispiel einer Blockdatei oder Charakterdatei anzeigen lassen. Bedeutet eben, wir können sagen, wir haben hier die leere Datei, wir haben hier die Netzwerk-Conf-Datei, wir machen hier einen Hex-Dump und sagen, die ersten 512 Bytes ausgeben lassen, also minus N und dann von der Netzwerk-Conf-Datei und jetzt sehen wir den Dump-Datei von den Hex-Dump mit Hex-Codes geschrieben hier von dieser Datei, wie sie in der Maschinenlesbaren Format ist und wir können auch mit diesem Hex-Dump, mit diesem Tool oder mit Programmen, die damit arbeiten, viel anstellen. Wir können auch auf Blockdateien und Charakterdateien zugreifen, um diese eben auch zu modifizieren beziehungsweise um Backups davon zu erzeugen. Das können wir zum Beispiel sagen, indem wir hier die dev-sda-Datei hernehmen und hier sehen wir die ersten 12 Bytes von der Festplatte überhaupt und hier in den ersten 12 Bytes finden sich unter anderem der Grouploader, das heißt der Bootloader von Linux und eben auch welche Hardware-Informationen enthalten sind. Wenn wir jetzt so einen Dump über die ganze Festplatte laufen lassen würden, könnten wir daraus eine Image ziehen, Programme, die eben Image generieren, machen im Prinzip nichts anderes und nehmen den ganzen Inhalt von einer Festplatte auf Blockweise, das heißt über die Blockdatei her und schreiben diese in eine ISO-Datei hinein und diese Datei kann man dann leichter Backupen beziehungsweise daraus wieder USB-Sticks oder etwas anderes erstellen auf andere Festplatten die das ganze klionen und so arbeiten im Prinzip dann auch Backup-Tools auf Block-Ebene die dann eben auf Blockbasis hier 1-zu-1 Informationen austauschen Sollten Sie im Kurs hier weiter Interesse haben können Sie den ganzen Redhead Kurs auch auf Udemy belegen Meine Udemy Kurse haben im Durchschnitt immer sehr gute Bewertungen bekommen und jetzt die neuesten Kurse die jetzt rausgekommen sind sind eben für die Redhead RHCSA Prüfungen und dann im späteren Verlaufe auch für die RHCE Dinox Themen in meinen Videos Bis dahin Ciao und Bye Bye